Wow, das war ja mal ein technisch wieder einwandfreier Part beim letzten Mal. Willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Das allererste, was ich jetzt mache, ist den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ja, wir nehmen jetzt den Wilden Modus. Wilder und Herausfordernder, tja, keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, ein bisschen weniger Gesundheit jetzt, aber ganz ehrlich, das passt schon. Wir kriegen 50 Münzen mehr scheinbar. Also ich habe zumindest beim Domi jetzt gesehen, dass er den Wilden Modus hat. Und bei diesem Level hat er 50 am Ende nochmal dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Pauschale ist oder ob das vom Level abhängig ist, aber die nehme ich mit, würde ich sagen. Ich denke, das ist kein Problem, zumindest am Anfang. Ja, ich weiß echt nicht, was, also Outer City hat ja sowieso immer mal wieder so Hakele, aber jetzt hat einfach mein Grabber plötzlich ein bisschen was von Mario Kart drin gehabt. Keine Ahnung, ob das von der Konsole hier gespeicherte Videos waren. Das war irgendwie was von Paris. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ganz, ganz merkwürdig. So, wir machen weiter mit der Kugelsteinstraße. Und ja, hoffe einfach mal, dass das jetzt alles problemlos weitergeht. Okay, das sieht wieder eher ein bisschen aus, wie die urbane Graslande. Oh, shit. So, Feuer haben wir noch am Start. Die können wir jetzt verbrennen, diese hohen Gräser. Das ist interessant. Das könnte auch ein Secret wert sein irgendwann mal. Oh, shit. Erstmal nicht. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Mach sowas nicht nochmal. Natürlich macht es das nochmal. Logisch. Das ist ihre Verteidigung. Da hinten liegt schon wieder was zu essen. Ein Brot, wie es scheint. Was bist du denn? Ach du Scheiße, du bist eine Kanone. Holy shit. Alles klar. Ja, ja, ich habe ja jetzt auch noch den höheren Schwierigkeitsgrad an. Jetzt muss ich, oh, shit, umso mehr aufpassen. Und die respawnen einfach, diese Säcke. Ach so, ach so. Entdecker. Wir können das auch nutzen. Ach, okay. Alles klar. Deswegen respawnen die. Alles klar. Ja, ich vergesse das manchmal. Dass jeder Gegner theoretisch, können wir damit was hier vorne anfangen? Ich glaube nicht, ne? Dass jeder Gegner theoretisch neue Fähigkeiten haben könnte für uns. Also die wir selber benutzen können. Das ist irgendwie eine ganz interessante Mischung aus, oh. Isst drei Snacks von Baumstümpfen. Heilige Scheiße. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sowas jemals eine Mission ist. Weil ich eher gedacht hätte, das wäre halt einfach wirklich nur zur Heilung. Gut zu wissen. Die Mission hätte ich vielleicht links liegen gelassen, wenn ich gesund gewesen wäre. Ne, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem mitgenommen. Aber nicht, weil ich damit gerechnet habe, sondern einfach uns einzusammeln. Das zählt jetzt auch? Ja, okay. Interessant, dass wir das dann doch schon, dass wir schon wieder zwei von dreien jetzt haben. Und hier ist auch wieder die schöne Musik übrigens am Start. Logisch. Oh, noch gar nicht angesprochen. Das ist jetzt hier kein Baumstumpf. Alles klar, logisch. Muss ich die jetzt, ja, ich würde es, oh shit. Kann ich die von unten eigentlich zerstören? Ich will es nicht versuchen. Einfach nur durchkommen. Ja, so nicht. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen. Den kann ich so wahrscheinlich auch nicht verletzen. Bevor ich da jetzt irgendwas versuche, gucke ich mir jetzt lieber alles mal genauer an. Da hinten muss ich offenbar irgendwie auch was drauf zielen. Und der Arme wurde einfach platt gemacht. Aber so komme ich ja da nicht hoch. Ne, 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 ne. Ich kann versuchen, auf so einen rollenden Stein zu kommen, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll. War hier vorne, oh shit, vielleicht auch noch was? Ne, ne. Okay. Ich denke, das passt soweit. Gut, dann versuchen wir jetzt einfach mal. Na, das war schon wieder scheiße. Kann ich auf so einem Stein landen? Nein. Scheiße. Ähm. Aber so hoch komme ich doch nicht. Jetzt habe ich es halt sowieso verkackt, logisch. Ach so, von da komme ich auch da. Ja, keine Ahnung. Ja, ich mache mir mal wieder alles zu schwer hier. Wie immer. So, ciao Junge. Machst du das Ding auf? Ach so, aufgeladenen Schuss gibt es auch noch. Okay. Ja, die grüne Münze hole ich mir gleich vielleicht noch. Mal gucken. Vier Waterleaves gibt es hier wieder. Oh shit. Das war sehr knapp. Auf dem Baum könnte theoretisch auch noch was sein. Würde ich jetzt erstmal nicht vermuten. Ach, ich hole mir die Münze noch gern. Was soll's. Weiß ja nicht, ob es anders geht, aber so auf jeden Fall. Es könnte natürlich auch was bei diesen Abhängen sein. Also bei den anderen, wo man theoretisch auch hin könnte. Ich werde es jetzt erstmal nicht ausprobieren. Vielleicht ist da ein Secret. Vielleicht ist da auch nur eine blaue Münze. Was ja auch ein Secret ist, aber halt dieses nicht relevante, mega beschissene, krasse Secret. Nicht beschissen, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber dieses mega schwierig versteckte. Da haben wir auf jeden Fall den Seitenpfalz. Wundervoll. Und da ist wahrscheinlich wieder so ein lustiges Diorama-Ding drin, ne? Figur. Ja, sehr schön. Spielzeugkapsel. In dem Fall jetzt erstmal. Offenbar sind die auch random, leider. Also man könnte jetzt theoretisch schon... Ich glaube, wir haben jetzt sieben Stück. Wir könnten da jetzt theoretisch schon eine Figur drin haben, die wir schon haben. Da ist nämlich auch tatsächlich ein Counter. Bei Kirby habe ich das gesehen, bei der Figur. Oh. 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 Da ist halt ein Counter. Wie oft wir das schon haben. Also... Hm. Gut. Es könnte ein kleines Glücksspiel werden. Ich erinnere mich ein bisschen an... Ach Gott. Mini Tendo. Bei Minish Cap. Bei Wind Waker war das ja alles mit Fotos. Das war in Ordnung. Aber bei Minish Cap musste man das ja wirklich auf Glücksbasis im Endeffekt irgendwie machen. Da muss ich jetzt einen aufgeladenen Schuss machen. Achso. Ich kann auch zielen. Achso. Ja, das wollten wir mir vorhin erklären. Ja, das ist jetzt schon optional, ne? Ja. Muss eigentlich. Aber zum ersten Mal, dass so ein Raum optional ist. Oder haben wir jetzt vielleicht einfach einen komplett anderen Weg? Das ist höchst interessant. Okay. Ah. Okay. Zielschießen. Und ich glaube, wir müssen uns aber auch beeilen, oder? Weil die alle runterfliegen. Die spawnen die Münzen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Ah, okay. Und einen Schatz kriege ich auch noch. Sehr gut. Sonst wäre das Ganze, ja, das Ganze wahrscheinlich nicht wert gewesen. Ah, cool. So ein kleiner Schießstand. Auch wieder was Zelda-mäßiges. Und auch wieder konkret Ocarina of Time. Ich mag's. Achso. Oh. Holy shit. Irgendwie hab ich den gerade nicht rechtzeitig gesehen. Ich weiß auch nicht. Hallo? Mein Gott. So. Aber was haben wir denn? Was ist das hier? Ist das irgendwie eine Falle oder sowas? Nein. Okay. Ist einfach nur ein ganz schmaler Grad. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich den Schwert-Typ jetzt haben möchte. Oh. Da haben wir den Snack oder wie? Ja. Okay. Auch wenn das eigentlich ein Pappkarton war, den ich da gegessen habe. Aber was soll's? So ein Tetra-Pack. Jetzt kommt irgendwer. Ah, es verfolgt mich irgendwas. War klar. Aber hier könnte auch irgendwas versteckt sein. Dings und rechts. Ich glaub, hier wär jetzt das Schwert halt wirklich sinnvoller, ne? Weil das ist halt Nahkampf. Und das ist eher Fernkampf, was ich grad hab. Ja, ja. So. Das gucken wir uns natürlich genauer an hier, was hier ist. Ah, shit. Kann ich nochmal zurück? Ich kann mich ja nicht wirklich umbringen. Ah, fuck. Hier wird jetzt irgendwo ein Geröll-Dings da sein wahrscheinlich, oder? Ich hab's gesehen. Da war halt ein Schalter. Kann ich da vielleicht einfach hinterher springen? Versuch's mal. Crash-mäßig. Nein, leider nicht. Ah, scheiße. Da war halt ein Schalter. Ne? Ich weiß nicht, ob der einfach dasselbe gemacht hätte, wie die Kugel selbst. Das Ganze zu sprengen. Oder ob das wirklich was konkret gebracht hätte, wo wir jetzt gleich hinkommen. Ach, warte mal. Ich will das ja auch eigentlich anders machen. Na, egal. Der respawnt jetzt nicht mehr, ne? Ich hab das mit den Fähigkeiten loslassen noch nicht so ganz verinnerlicht. Was haben wir hier? Irgendwas? Da ist auf jeden Fall das Auto am Start. Okay. Ah, also wenn uns was fehlt und davon gehe ich aus, dann wird das mein erster Anlaufpunkt sein. Ah, das sah schon verdächtig aus. Hier will ich auch eigentlich gar nicht so schnell sein, damit ich mir das alles schon noch anschauen kann. Okay, okay. Hm. Das finde ich auch höchst auffällig hier. Das möchte ich mir mal gerade... Oh. Okay. Ich kann durch die Markise durchspringen. Ich komme da, glaube ich... Ja doch, ich komme da hoch. Aber ist hier was? Hier in der Ecke. Na, eher nicht. Der Baum scheint auch nicht wirklich Kollision zu haben, oder? Ach, Moment. Komm mal. Kann ich da durchfahren vielleicht? Sieht ein bisschen... Ne, schade. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher. Hätte ich mir vorstellen können. Ah, da kann ich aber auf jeden Fall durchfahren. Ach so, springen kann ich auch. Ja, das habe ich ein bisschen unterschlagen gerade. Moment. So. Äh, was? Was, bitte? Habe ich das nicht im richtigen Timing gemacht, oder komme ich da wieder raus? Hm. Ich glaube, da komme ich wieder... Ach ja, okay, ich sehe es. Ich sehe es, okay. Dann halt so. Oder komme ich da überhaupt wieder raus? Ich glaube, das Glas ist ziemlich massiv und ich habe einen übersehen. Ja, das war locker da. Das war locker da. Aber auch schön zu wissen, dass das in der Reihenfolge angezeigt wird. Ja, gut. Das würde ich aber gleich trotzdem schon wieder nochmal machen. Also, ja. Das möchte ich jetzt hier nicht so einfach lassen. Vor allem, weil ich das jetzt noch im Kopf habe. Ah, und da haben wir... Fahre ohne in den Abgrund zu stürzen. Okay, das ist ein bisschen random, aber gut. Wer stürzt denn in den Abgrund? Okay. Na gut. Das ist verhältnismäßig leicht. Ja gut. Perfekt. Das heißt, es hat jetzt nur ein Waddle-Dee gefehlt. Wir haben die drei Früchte gegessen, oder die drei Sachen gegessen. Das mit dem Faro-ähnlichen Abgrund haben wir geschafft und die Seitengas haben wir gefunden. Alles klar. Mann, ich hätte fast da oben, haben wir es gerade gesehen, 50 Münzen für den wilden Modus. Ich hätte fast alles auf Anhieb geschafft. Mein Gott. Der Bombenblock. Und, was haben wir hier noch? Glutiefe. Alles klar. Ah, ärgerlich. Aber auch das wieder ein Kandidat dafür, dass ich das einfach bis dahin schneide, weil... Äh. Ah. Ist das jetzt schon unser Einkaufszentrum? Weil ehrlich gesagt macht es für mich jetzt nicht viel Sinn, euch da wieder komplett mitzunehmen. Wir haben das Level ja gerade erst gesehen. Und da haben wir jetzt zwei weitere Zentren freigeschaltet hier. Für was? Wir haben jetzt eine neue Sache bekommen, oder? Feuerschatz? Oder haben wir? Ah, egal. Entdeckerschatz. Ja, den Entdecker, genau. Den haben wir neu. Naja, genau. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Und dann holen wir uns dieses Waddle Dee noch. So, wir sind jetzt wieder bei der Verfolgerpassage und ich habe mir jetzt auch das Schwert geschnappt. Weil ich denke, das ist hier ein bisschen sinnvoller. Wobei, eigentlich ist es wahrscheinlich egal. So, und jetzt will ich den Knopf vorher drücken. Wir haben scheinbar nur diese eine Möglichkeit. So. Wusste ich's doch. Und da ist einfach nur ein Waddle Dee. Hat schon ein bisschen was von Rayman tatsächlich. So vom ersten Teil. Alles klar. Mein Gott, wäre ich doch mal schnell genug gewesen. Alles klar, gut. Dann sehen wir uns am Ende wieder. Und da sind wir auch schon. Und viel Energie habe ich jetzt zwar nicht mehr, aber was soll's. Ich weiß gar nicht, ob die wieder aufgefüllt wird. Wenn wir jetzt hier zurück auf der Map sind. Ich glaube, ich hoffe. Wäre jetzt auch nicht allzu dramatisch, wenn nicht. So, das letzte Waddle Dee gefunden. Noch mal ein paar Münzen mitgenommen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt auch schon mal zurück in die Stadt zu gehen. Ich würde jetzt einfach direkt das nächste Level mal mitnehmen. Weil ich glaube, dafür haben wir eigentlich noch ganz gut Zeit. Ja gut, stimmt. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen was rausschneiden. Auch wieder vergessen. Nein. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht nochmal rein. Ja. Und dann können wir vielleicht danach noch was von den Herausforderungen da mitnehmen. Mal gucken. Ausflug ins Ambelen-Centra. Ambelen. Keine Ahnung. Okay. Ist das jetzt die Map, die wir schon kennen? Ich würde vermuten, nein, oder? Stimmt. Die hatte, glaube ich... Wir müssten den Missionsnamen ja eigentlich erkennen. Und das kommt mir gerade nicht bekannt vor. Würde auch Sinn machen, dass das, was in der Demo gespielt haben, quasi der erste Boss wäre. Den es so überhaupt gibt im Spiel. Ja, und das wäre dann das nächste Level, was das letzte sein müsste für diese Naturwelt hier. Nett hier. Aber ich mag es nicht, dass es schon so rauszoomt. Weil ich mich da unten so gerne umschauen würde. Aber das Schwert ist gerade nicht schlecht. Aber guck mal hier. Komme ich dahinter? Brauche ich da vielleicht Bomben oder so? Komme ich von hier dahinter? Auch nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht doch hinkommt. Erstmal jedenfalls nicht. Nicht ohne weiteres. Das ist doch gerade schon ein bisschen offener hier als alles bisher. Also so minimal. Wirklich offen ist es jetzt auch nicht, aber... Ja, doch. Man hat jetzt hier gerade ein paar Optionen, lang zu gehen. Also diese Runde. Ja, siehst du es dann auch. Kann ich den besiegen? Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich den tatsächlich mit dem Schwert kaputt schlagen kann. Aber umso besser. Okay. Dann kann ich das bei dem auch so direkt tun. Oh Gott. Das war so schlecht. Oh, ich glaube, meine Energie hat sich nicht wieder aufgeführt. Also zumindest nicht ganz. Vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz. Oder habe ich das gerade selber gemacht? Keine Ahnung. Hier ist was. Hier ist was. Eine Münze. Ach komm. Was sind das eigentlich für lustige Knochengegner. Sehen schon sehr interessant aus. Jetzt gerade hätte ich doch ganz gern schon wieder etwas Essbares hier. Dankeschön. Ja, weg mit dir. Ach so, shit. Seine Fähigkeit hätte ich auch wieder absorbieren können wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Münzen? Ja. Danke. Aha. Lustig. Der andere ist jetzt auch weg. Ah, ich muss mich halt echt mal zusammenreißen und nicht direkt alles erledigen. Nein. Sagt er und versucht es schon wieder. Warte, ich will den haben. Es mag unnötig sein, ne? Aber ich will es jetzt einfach, ich will es einfach wissen. Ich will es einfach wissen, ne? Theoretisch könnte man auch versuchen, hier die ganzen Sachen zu zerstören, aber ich habe schon in der Demo versucht, im nächsten Level und das, das, das wurde nix. Also, was vermute ich das nächste Level. Das war, es würde mich jetzt gerade einfach nur interessieren, weil die Wände sehen halt irgendwie so, weiß ich nicht, verdächtig aus. Äh, Kirby, willst du mal? Es wird eh nix. Es wird nichts bringen. Kannst du mal explodieren, bitte? Ja, sag mal, jetzt rechts aber langsam hier. Ja, das bringt natürlich nichts. Hätte ich mir auch denken können. Ja, aber es war eine Möglichkeit. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Ich dachte mir schon, dass wir da oben jetzt irgendwie wieder Bomben bekommen. Na gut. Dann halt nicht. Kann aber sein, dass wir hier theoretisch was anderes mit den Bomben erreichen könnten. Mir würde gerade aber nicht einfallen, was. Außer halt wirklich sinnlos jede Wand versuchen zuzusprengen. Weil ich es jetzt immer nicht tun werde. Und eigentlich schade, weil potenziell habe ich das Schwert dann doch lieber. Achso, ja. Jetzt können wir aber eigentlich mal testen, ob der vielleicht doch irgendwie... Nee. Alles klar. Ja, der ist halt auch gestorben und nicht wiedergekommen. Deswegen war halt auch irgendwie absehbar. Oh shit, das ist jetzt ein bisschen... Ja, aber ist das nicht eigentlich gut? Na ja, egal. Hab noch nicht so ganz verstanden. Explodieren die Bomben gar nicht, wenn die jetzt kein Hindernis treffen? Oder wie ist das denn? Oder brauche ich Bomben? Sehr gut. Was haben wir denn hier? Eine Kapsel, alles klar. Ich hätte jetzt eigentlich mit dem Waterloo-Käfig gerechnet, aber... Ja, die brauchen sehr lange. Die explodieren zwar schon, aber halt sehr spät. Wenn die nicht direkt auf ein Hindernis treffen. Nun gut. Achso, warte mal, bevor wir da alles kaputt machen. Oh. Ist vier Donuts. Da war ein Donut. Okay. Wenn das Spiel das sagt. Jetzt muss ich mal drauf achten, was ich hier esse. Mein Gott. Und da ist ein Lollipop, aber mit Stern. Was heißt das denn? Oh. Ist ein Superkraft-Lolli. Alles klar. Cool. Da oben ist ein Waddle Dee. Weiß nicht, was hier gerade abgeht, aber hey. Bin jetzt unverwundbar. Für den kurzen Zeitraum. Für die kurze Zeitraum, ne? Ich weiß es nicht, aber es macht Spaß. Ja, okay. Jetzt sind wir nicht mal verundbar. Ja, ist halt wie so ein Stern bei Mario, ne? Okay. So. Und das war auch Nummer 1. Also bisher haben wir noch keine Waddle Dee's übersehen. Zumindest. Hier fliegen wir einfach mal so rüber. Weg. So. Ich glaube, das ist es dann hier oben, ne? Den will ich noch besiegen. Besiegen, sagte ich. Dankeschön. So. Das reicht. Weg hier. Ich hoffe, das reicht. Ich sag das jetzt so. Okay. Okay. Brauche ich einen Bumerang? Also bisher ist es halt wirklich so, dass ich jeden... Das ist jetzt schlecht mit der Bombe. Dass ich jeden Gegner, den ich hier absorbieren kann, also jedes Power, was ich bekommen kann, dass das halt schon benötigt wird. Im folgenden Dings da hier. Aber naja, hier sind aber immer wieder Bombenviecher. Das ist ja... Wahrscheinlich irgendwann so eine Glückssache. Und da ist... Was? Will ich hier hin? Werden wir sehen. Ja, ich will hier offenbar hin. Ach, das ist eine Falle. Aber danach gibt es den richtigen Schatz. Da bin ich sicher. Ein Waddle Dee. Oder irgendwo... Nein. Ich weiß nicht, ich muss zurückgehen. Es tut mir leid. Aber ja, jetzt wird es hier ein bisschen... Naja, offener im Sinne von, es gibt mehrere Wege. Und das möchte ich jetzt doch... Es gibt hier... Das ist ja sehr interessant. Ich glaube, die müssten wir doch nach und nach abklappern, oder? Also... Ich gucke einfach mal, was sich hier befindet. Oder ist das immer derselbe Weg, sag mal. Ich werde jetzt gleich nochmal den in der Mitte nehmen. Weil vielleicht ist in der Mitte ja ein Schatz. Vielleicht muss ich quasi... Also... Vielleicht ist das... Vielleicht waren das jetzt quasi fallen und die goldene Mitte ist keine Falle. Ich bin mir halt sehr unsicher, was das Spiel gerade von mir will. Aber ich gehe mal davon aus, da geht das Level einfach weiter. Und wir müssen hier quasi jetzt die richtige Abzweigung treffen. Oder finden. Wo sich noch irgendwas befindet. Weil an sich sieht es hier gleich aus. Ach, guck mal. Also das hier ist definitiv anders. Siehst du mal? Genau. Wusste ich es doch. Aber ich wette, alle drei Wege führen jetzt, wenn ich die Rolltreppe hochgehe, halt wieder zum selben Punkt so. Deswegen. Ja, ja. Das... Habe ich schon jetzt irgendwie, glaube ich, richtig verstanden. Vermute ich zumindest. Immer noch keinen Donut. Donut hier auf den Tischen hätte ich jetzt erwartet. Kann natürlich sein, dass bei den anderen Bereichen jetzt ein Donut war. Das... Ah, ja. Weiß ich nicht. Ich gehe einfach erstmal weiter. In der Hoffnung, dass das jetzt das war, was das Spiel von mir wollte. Und dass ich jetzt nicht in jedem Bereich quasi was finden soll oder so. So ein Quatsch. Was haben die hier? Was ist das? Ach so. Ein I. Ein I. Ach. Holy shit. Cool. Okay. Und hier haben wir Feuer, ne? Okay. Oh, ich bleib, glaube ich, mal Igel. Oh. Wilder Eisbärt. Hallo. Darf ich dich kaputt pieksen? Oh shit. Er will mich kaputt rennen. Aber... Es funktioniert nicht, wenn ich einen Igel wende. Er ist Käpt'n Iglu. Ich bin Käpt'n Igel. Oder so. So. Schön in den Arsch rein piepen. Oh shit. Jetzt wurde er aggro. So. Aber der Igel ist gut. Der Igel ist super. Ich glaube, Feuer ist auch super. Er ist halt ein Eis-Typ, aber... Der Igel ist nett. Warum? 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 Nein. 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 Also seine Rampage-Phase ist doch ein bisschen heftiger. Warum trifft er mich denn immer? Was soll das denn? Ich verstehe das gar nicht. Weg. Also warte mal. Ich könnte jetzt ja genau seine Eis-Dings da auch nehmen. Äh. Mach ich einfach mal. Hatten wir bisher noch nicht. Weiß nicht, ob das sinnvoll und relevant ist. Naja. Mal schauen. Kann ich auch sehen? Ah. Guck mal. Ja. Okay. Da brauchen wir sie auch. Alles klar. Hier ist bestimmt ein Donut. Oder halt nicht. Naja. Heilung an sich nehme ich auch mit. Überhaupt kein Ding. Aber mit den Donuts habe ich jetzt gerade echt Sorgen. Also so lange kann das Level auch gar nicht sein, oder? Wir haben einen von vieren. Warte ist da los. Okay. Ist das alles hier? Komme ich da noch hoch? Wandsprung? Irgendwas? Also theoretisch komme ich da hoch. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen stutzig macht. Die Dinger kann ich aber nicht zerstören, ne? Oh, was war das denn? Ich habe hier so eine Spezialfähigkeit, oder was ist das? So ein Schutz quasi. Ach, das ist das. Ich glaube, ich habe hier so ein Schutzschild, oder? Sowas. Sowas mäßiges. Oh, shit. Aber das ist halt schon sehr schnell hier, dieser Ice Kirby. Dieses Power-Up. Ja, das Level ist schon deutlich was anderes als vorher, so vom Anspruch her und alles. Komm, Donut, 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 Donut. Okay, was haben wir hier? Eine Kapsel, alles klar. Muss man quasi einfach nur lange noch draufbleiben. Was haben wir hier? Oh, was? Wer bist du? Weg mit dir. Da haben wir wieder Feuer. Alles klar. War also richtig, das zu behalten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Möglichkeit hatte, ein anderes Power-Up zu nehmen. Und da ist ein Waddle-Dee und ich bin wahrscheinlich zu spät, oder was wollen die mir hier sagen? Ach nee, das Pferd hin und her. Okay, alles klar. Oh, shit, alles klar. Ich dachte schon, das Pferd jetzt einfach geradeaus nach unten in den Abgrund. Hätte ich mir auch vorstellen können. Aber das letzte war ja auch so ein Friss oder Stirb. Aber hier, nö. Das ist in Ordnung. Also das, was ich gerade nachholen musste, meine ich. Ah, was ist denn mit den Donuts? Das triggert mich hart. Bisher war das halt immer so, dass wir am Anfang meistens so drei von den Vieren oder zwei von dreien schon hatten. Und jetzt haben wir halt einen von den Vieren. Also das kann nicht stimmen, glaube ich, befürchte ich. Was haben wir denn hier? Kleiner Arbeitsbranche. Ah, und den kann ich mitnehmen. Okay. Na dann, komm mal her, Kollege. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt mich so mit dem Fort bewegen, oder was? Ach so. Ah nee, ich muss ihn einfach nur wegbewegen, glaube ich, ne? Ja, okay. Ist einfach nur, um ein kleines Secret zu finden, okay. Ich dachte schon, ich muss mich jetzt mit dem so fort... Resetis Höhle! Schon ein bisschen, ne? Das ist bestimmt wieder was, Tom, zum Wegmachen, oder? Warte mal. Warte mal, bitte. Komm, mach mal. Klebe ich nochmal bitte weg. Kannst du doch bestimmt. Oder nicht? Also, irgendwie, das kann doch nicht sein. Warte mal. Ich glaube das nicht, dass das nicht irgendwie... Also es sieht für mich so aus, als müsste ich es mit dem Eisatmen vielleicht irgendwie bespucken, oder sowas. Aber das funktioniert nicht. Hier ist eine Kapsel. Also das haben wir auf jeden Fall hier schon mal gefunden. Das triggert mich ein bisschen. Aber gut, ich glaube dem Spiel mal, dass das vielleicht doch nichts ist, nichts Wichtiges. Aber das letzte Poster, was ich halt abreißen musste in der Höhle, das sagst du eh nicht aus dem Tunnel. Das ist deswegen, das... Ah, hier ist ein weiterer Locker. Oh, das ist klar. Weg damit. Umkeeping. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ach, guck mal. Es ist ja höchst interessant. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Was heißt das? Okay, gucken wir doch erstmal... Ach so, guck mal. Jetzt. Jetzt. Ähm. Okay. Aber was soll das heißen? Also ich weiß jetzt, rechts oben ist Eis. Und ich weiß, links oben ist Torte. Ist das jetzt ein Rätsel? Scheinbar. Hilft mir, glaube ich, nicht bei meinem Donut-Problem. Aber okay. Es sind Informationen, die verteilt sind. Wir müssen damit nichts machen. Das sind einfach nur Informationen. Okidoki. Naja, und das ist wieder genau so ein Rätsel. Okay. Okay. Eis und Kuchen. Ja, das ist mir bewusst. Das ist genau das, was angezeigt ist. Aber... Ich soll in Eis und Kuchen rein, würde mir das sagen, ne? Von wegen so, der Rest ist halt fake. Da muss ich quasi gar nicht erst Zeit verschwenden. So liest sich das jetzt für mich. Na, machen wir das doch mal. Wie viele Waddle-Dies haben wir? Zwei? Oder drei? Naja. Hallöchen. Und was geht? Habt ihr Donuts? Nicht? Schade. Was haben wir hier? Münzen. Einmal ein Waddle-Dies und weiter Münzen. Sehr schön. Ja, das war das letzte Waddle-Dies-Ding. Okay, alles klar. Eieieiei. Nun gut. Was haben wir hier? Achso, einfach nur mit Kollegen. Weg mit dir. Ey, es macht auf jeden Fall immer noch wahnsinnig viel Spaß. Wir müssten auch gleich den Part beenden. Ach, guck mal. Da haben wir den zweiten Donut. Ach, du Scheiße. Zwei von vier. Ist das jetzt okay, hier lang zu gehen oder nicht? Oder weil wir müssten ja auch noch auf der anderen Seite lang. Scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts zu früh gemacht. Ich glaube, ich habe was zu früh gemacht. Ach, shit. Ich hätte erst noch dahin müssen, ne? Weil das ist jetzt hier quasi der weiterführende Weg. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man dann einfach nicht mehr zurückkommt. Wenn man ja den Fehler selbst sieht. Jetzt wird er wahrscheinlich gespiegelt sein. Ach, Scheiße. Ärgerlich. Also wirklich ärgerlich. Ey, ich schätze mal, hier ist jetzt das Finale, oder? Also das Ende. Wir haben jetzt alle Waddle Dees. Ja. Alles klar. Hier gibt es vielleicht nochmal einen Donut, aber... Da oben. Guck mal. Und da oben ist der letzte... Oh, ist das ärgerlich. Oder komme ich jetzt hier zurück? Was ist denn hier jetzt gerade? Komme ich hier zurück? Ich will zurück. Ach, ist das ärgerlich. Ich wette, auf der rechten Seite wäre auch noch ein Donut gewesen, ne? Und dann hätte ich da oben den letzten gefunden und dann hätte ich das alles geschafft. Und dann hätte ich die Mission geschafft. Ich wette. Es muss so sein. Ah, ärgerlich. Wir nehmen schon mal den Donut hier mit. Dann spiele ich das quasi alles gleich nochmal durch alleine. Ja. Dann haben wir auch alle Donuts hoffentlich. Also wenn das jetzt da natürlich nicht ist, ne? Dann, äh... Nehme ich alles zurück. Aber ich gehe sehr stark davon aus. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Also das ist tatsächlich so ein Kritikpunkt, weil ich... Ja. Äh. Finde ich nicht so schön. Finde ich wirklich nicht so schön. Gut, dann zeige ich euch gleich noch, wie ich wieder in diesem Menü bin. Ach so. Lauf durch das Center, ohne dich zu verirren. Ah. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt noch... Oder machen wir das im nächsten Part zusammen. Ich glaube, dann machen wir das im nächsten Part zusammen. Gefangener Waddle Dee. Ein Waddle Dee, der vom Bestienrudel gefangen gehalten wird. Und er ist nicht der Einzige, der auf Rettung wartet. Man kann die anderen Waddle Dees beinahe rufen hören. Wau, 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 wau. Lass mich raus, lass mich raus. Warte mal. Hörst du das auch? Da muss wirklich wohl noch einer in der Nähe sein. Und wir haben Bouncy. Den haben wir schon mal ein paar Mal erledigt. Genau. Ah. Alles klar. Dann würde ich sagen... Beim nächsten Mal... Schauen wir dann halt tatsächlich noch mal hier nach diesen beiden Sachen. Donut müsste halt eigentlich klar sein. Und jetzt weiß ich auch, ich muss durch die Mitte gehen. So. Das heißt, dann werde ich mich nicht verlaufen. Wobei, was zählt denn eigentlich als verlaufen? Weil wenn ich jetzt nach links und rechts gehe, das ist ja richtig. Und hier ist das Einkaufszentrum und das ist Krangel im Center. Genau das ist das, was wir in der Demo schon gespielt haben. Alles klar. Die Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, dass dir den Weg versperrt hat. Ach so, okay. Betrifft den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Machen wir im nächsten Part. Und dann gucken wir uns vielleicht auch diese Sachen an, bevor wir uns dann in die nächste Ebene wagen. Jetzt sind wir in der Naturebene. Bis dahin. Ciao. Ciao.